Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon The Enforces! Wir sind in der letzten Folge in Astana angekommen und werden Ikari doch jetzt mal nach Hause bringen. Oma! Oh Ikari, was für eine Überraschung. Komm her und lass dich grünen. Oma, ich hab dich so vermisst. Ja, du warst lange nicht mehr hier. Wer bist du denn? Er war der Verlobte meiner Enkel? Nein, ich habe Ikari nur bis hierher begleitet, da sie sich verlaufen hatte. Mein Name ist Tobi, schön sie kennenzulernen, Ikaris Oma. Du kannst mich einfach nur Heather nennen. Okay, ist gebombt. Du musst mich aber sehr vermisst haben, Ikari, ich schade. Senni, dass du mich mal besuchen kommst. Darf ich euch Kekse von meinem... O... O... Du... Das ist auch hier so fremd worden, was ich jetzt auch nicht wirklich aussprechen kann. Haben du? Sicher Oma. 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 Oma, ich bin eigentlich aus einem anderen Grund hier. Wie meinst du das, Ikarijan? Oma. Oma. Oma, ich bin eigentlich aus einem anderen Grund hier. Oma. 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 bald einstürzen. Deshalb hat er vorgeschlagen, dass du bei mir und Mutter wohnst. Wir haben ein großes Haus in Hawaii. Aha, aus Hawaii kommt sie auch noch. Da bekommst du auch dein eigenes Zimmer. Was, Hawaii? Tut mir leid, Ticarichan, aber ich bleibe bis zum Ende da. Ja, ich bleibe bis mein Ende naht. Bitte, Oma, ich möchte... Nein, wir alle möchten, dass du dich nicht in Gefahr begibst. Komm mit nach Hawaii, da wirst du sicher sein bis zu deinem Lebensende. Ganz ehrlich, was gibt es da noch zu überlegen? Lieber dieses alte Haus zurücklassen und nach Hawaii ziehen, dann würden sie auch wirklich in Frieden hier... Na ja, sie wissen schon. Ich danke euch dafür, dass ihr Sorgen... dass ihr euch Sorgen um mich macht. Aber dieses Haus hat so viele Erinnerungen über meine Kindheit. Oma, bleiben wir ernst. Ich überlege... Ich überlege es mir noch. Ja? Hinkangchan? Sei so lieb und sag Norm Bescheid, dass er mich hier besuchen soll. Dann werde ich meine Entscheidung bekannt geben. Tobi? Ja? Ich bitte darum zu gehen. Wir möchten allein sein für eine Zeit, okay? Ich danke dir für alles. Tobi. Oh, wieso nicht? Jetzt verstehe ich, wieso ich Harri allein mit ihrer Oma sein will. Harri hat Angst davor, dass ihre Oma doch nicht mitmöchte. In dem Fall würde irgendwann das Haus einstürzen und somit ihr Omas Leben wegnehmen. Harri hat Angst. Und ich auch. Ja, klar. Verschlossen. Oh, verschlossen. Oh, verschlossen. Aber wir können jetzt mal in den Markt gehen. Welcome! Ja, ein paar Hinten haben wir proben, ne? Boah, wir haben hier und 40.000 und so viel hier vor. Nein, ähm... Und dann haben wir hier ordentlich was eingetraut. Und Ruhe da draußen. Verschlossen. Ein kleiner Mann hält dich auch in diese Arena zu gehen, weil die Arenaleiterin nicht da ist. Alter, seid ihr nicht mehr ganz beschuggelt? Ich will da jetzt rein. Zur Zeit bin ich hier nicht willkommen, ja, klassisch. Gut, wenn die Arenaleiterin nicht da ist, wirst du mir sagen, dass ich jetzt erwarte. Du schaust schon weit gekommen zu sein, aber es ist noch lange nicht vorbei, wie es scheint. Es sind ja noch mehr Menschen, ja. Sollte es wieder Krieg mit den Chinesen gehen, dann kämpfe ich trotz meines Alters an der Front. Ich bin stolz auf Vastaner, auch wenn es modernisiert ist. So, das ist auch heiß. So. Vielleicht war eigentlich nichts anderes mitbringen, ne? Dann werden wir wohl zurückgehen lassen. Manchmal finde ich aber nur megasüß, ne? Vor allem, wenn er denn schlägt. Manchmal träumt er mir und dann bewegt er sich so komisch. Manchmal träumt er auch total schwer, denn es ist im Schlaf, irgendwas muss er ja dann irgendwie träumt. Ich glaube, dass wo wir jetzt hin müssen. Denn das Tanna ist keine Arenaleiterin. Ich will mein Smeppu, ich will ein Smeppu. Ich will ein Smeppu. Ich will ein Smeppu. Du gehörst mir. Mir. Mir sag ich. Mir. Mir sag ich. Mir gehörst du. Ich will ein Smeppu. 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 Ich will eine Smeppu. Ich will ein Smeppu. Ich will ein Smeppu. Ich würde sogar die Hühne entkaufen gehen. Wir sind zurück in Durchbruch. Hey! Du noch nicht in Einhall gewesen, Trainer? Wer bist du? Hey, ich bin's doch, N. Ach so, dieser Trainer aus Einhall. Wie kann man mich vergessen? Du bist unzufrieden, trotz vier legendärer Pokémon. Sie waren einfach. Out. Ich war eben mal kurz in Einhall und habe mir zwei neue Pokémon besorgt, so schnell. Na hör mal, was waren schon einige Sekunden? Du hast zwei Pokémon aus der Einhall-Region? Willst du sie sehen? Okay. Okay. Also ich hätte jetzt glatt Nein gesagt, aber wenn er sagt, okay, naja. So. Es wäre aber ein Prost der Kote. Oha! Ich habe das Gefühl, dass ich draufgehe. Wenn ich jetzt einen Kampf-Pokémon an sich hätte, oder irgendeine Kampf-Attacke, dann wäre ich glücklicher. Aber ich glaube da noch voll... Ja genau! Über... äh... Quatsch! Top-Trump! All der dicke U-Has-Bund-Nehme! Ja gut! Scheiße! Erzähl! Lass mal ein-eck-das-hetz-nicht-vieh-oh-nicht-aussetzen-hier! Du hast echt Probleme! Hm, die Regeln gucken wir uns auch! Wenn sie auch gewesen wären, hätte es so mehr auf uns gehen können! Ganz ehrlich, ich hätte keinen Problem damit gehabt! Ich glaube, sie hat natürlich keine Probleme gehabt! Alter, was ist das für eine Attacke? Was ist das für eine Attacke? Ja gut, Emel! Wow! Was ist das für eine Attacke, dass sie gleich so viel Schaden haben gemacht! Ich glaube ich nicht, dass man auf der Trinierung machen kann! Ich denke dann natürlich, dass ich jetzt nur an... ... am Trinieren bin hier! ... da rufe ich mal an, weil ich glaube ich nicht mache es aufs Blumen und einfach noch ein bisschen Trinierung! Pfff! Ich denke, er dreht sein Leben! Oh Gott! Muss er mindestens Level 30 sein, damit ich hier überhaupt, ob er etwas auslesen kann! Ich könnte so auf Auf wieder mit... Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Vielleicht sollte ich mit Stachelsporer arbeiten. Mein Kopf grünelt gerade. Wie ich das am besten machen kann. Ein Teenies Level 35. Ihr stellt euch mal vor, ich werde wirklich alle Pokémon exakt trainieren. Dann werden sie mindestens... mindestens... oder höchstens Level 20. Höchstens Level 20. Und dann wäre ich ja kein Schoenster. Ja. Jetzt hat er die Ecke erdauern. Das älgert mich ja so ein wenig. Das älgert mich aber noch nicht richtig. Aber das ist sowas schon. Ärel World Corona immer man auch bankos-Unmentsportrugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflugflü lungsist. was sonst kann ich halt denn ich werde ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren nicht so und dann sehen wir uns in der nächsten folge dann wieder in duisburg ich bedanke mich fürs zuschauen auch das hat euch spaß gemacht und ich würde mir wünschen wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid bei pokémon sie endforces bis dahin habt einen angenehmen abend und haut rein